Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die Ravenhurst mit Senora Minias und Senora Fleisch. Schrotzenhammer. Warum? Ich brauche noch Steine. Hat jemand noch Steine übrig? Hier sind Iron Crossbow Bolts. Cool. 59 sind hier. Ist doch super, gibt es einen Kreis, den kann man so verwenden. Können wir die schon herstellen, ne? 59 haben wir hier, dass ich mal in die Richtung stimmt. Sollen wir ein paar Föckeln außen hinstellen, dass wir ein bisschen was sehen? Das machen wir mal was sieht. Hallo. Ich habe keine Reisenspitzhacke anscheinend, oder? Ach doch, da ist doch ein. Ich habe es ja ausgewählt, ich Profi. Ich bin auch blöd, ne? Ich bin so blöd. So, muss ich nochmal 20 Stück hinterher knallen und dann, äh, so ein bisschen Stein wäre geil. Hallo. Da. Hier, dieser Zombie, der mir gerade entgegenkommt, der sieht, kennt ihr die, die aussieht wie so ein Lederschwurz? Wie so ein Höhlenmensch? Ja. Nein. Kann man mit Kohle? Muss ich eigentlich jeden. Alles kaufen, ja. Auf Liebe, Jackie. Drei Minuten ist eh mal Kohle. Drei Minuten. Charcoal, so. Charcoal hatte ich jetzt. Einmal Charcoal. Du kannst doch die verbrannten Bäume auseinanderschlagen, haben wir doch genügend hier. Ja. Was ist denn mit Lampfro? Lamp. Wir haben übrigens, in der letzten Folge, Herr Kaiser, waren wir ja hinten an dem Military-Camp, wo wir eben angefangen haben aufzunehmen. Und da kam eine Horde aus Wölfen. Geil. Das war wirklich, das war so, wir haben nur so, bleib zurück. Und mit noch Nachzüglern, weißt du, die immer nochmal aus dem Lager gekommen sind, aus der gleichen Richtung. Das ist fies. Ja. So. Ah, siehs. Ich hab noch ein paar Spikes. Sag mal, haben die das Blut in den Leichen dunkler gemacht? Die sind viel dunkler bei mir, die Leichen. Warte, du achtest, ey. The shit. Ne, die sind so, ich dachte, die sind so kontrastreich aus. Wir sollten uns doch eine Ecke aussuchen, wo wir die hinlotsen. Ja. Haben wir von innen auch Spikes gesetzt, ne, ne? Innen? Ja. Wie innen? Ja, wenn sie reinkommen. Was meinst du mit innen? Kannst du eine Reihe vor den Eingang setzen, dass wir so zickzack laufen können? Warte, ist innen? Ja, ja. Das macht Sinn. Ist innen ein Thema? Okay. Ne, die kommen nicht hoch. Wenn wir uns hochporten, ist das egal. Weißt du, was ich meine? Die porten? Die nutzen ja nicht den Aufzug und die Treppe kommen sie nicht hoch. Wir haben hier noch einen Bellow und einen Orgon-Dings. Wow, okay. Ja, den haben wir mitgenommen. So, Spikes stehen. Das ist gut. Hast du noch Scrap-Iron? Dann kannst du die... Ja, ein bisschen hab ich noch, ja. Werten. Boah, danach kommt Forged-Iron, okay. Boah, die sieht man aber schlecht, die kleinen, ne? Ich hab aus Versehen meinen Forged-Iron da reingehackt, weil ich immer wieder verfehlt hab, aber... Das ist jetzt... Hat jeder von euch schon einen Motion-Sensor erfunden? Äh... Ich glaub nicht, ne. So, wir brauchen auch Advanced-Block-Match. Ihr könnt ja schrotzen-Dings hier bauen. Schrotzen-Dings. Dings vom Frotzen. Ich hab noch einen Lock-Pick gefunden. Übrigens, die haben sie geändert. Ich hab da erzählt, beim letzten Mal, als du den Lock-Pick verwendet hast, dass man die herstellt und den dann einfach verwendet. Aber mittlerweile kann man die irgendwie nicht mehr herstellen. Es gibt auf jeden Fall Einschränkungen. Alright. So. Oh, fuck, 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 fuck! Ich bin tot. Ähm... Tatsächlich? Boah, was denn das? Ein Bodybuilder-Zombie. Ein Bodybuilder-Zombie nimmt mich grad auseinander mit seinen dicken Armen. Wo bist denn du? Ähm... Ja... Im Moment nicht mehr da. Gleich oben. Ach so, mein Schlafsack. Ach so, mein Schlafsack. Kurz nach dem Turm. Schlafsack ist... Ach so, hier liegt ja. Der hat meinen Schlafsack geklaut, ja. Ja, der hat Jackie geklaut. Was? Die links, der? Ist der von dir, Minyas? Nimm mal den anderen. Wenn der von mir wäre, würdest du es sehen. Den... Den du aufnehmen kannst, den... Du bist schon, passt schon. Liegt da noch einer, da? Ich bin tot, wa? Ich bin der Rechte. Genau. Also, ich bin... Also... Jaja, verstanden. Fuck. Schlafen schön Fuß an Fuß. So. 21.05. Ich muss schnell runter, mein Zeug holen. Wo ist denn, äh... Okay, hier runterspringen kann ich hoffentlich, ne? Na, 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 na. Ja. So, jetzt hab ich aber noch nicht den Aufzug entdeckt. Oder wie hier oben auf die... Außen. Du musst... Wir haben einen zweiten Abgang unten. Komm mal mit, bitte. Helfen wir mal. Ich hab nämlich keine Waffen und nix. I help you. Bitte. Ist nicht weit. Ist direkt hier hinten irgendwo. Am Ressourcenstein. Hat er mich der Bodybuilding-Zombie auseinandergenommen? Da ist er. Guck, da ist der Bodybuilding-Zombie. Jetzt guck dir den mal an. Was Muskelprotz. Genau. Ja, ich lenke ihn ab. Du holst seinen Start. Ja. Warte. Der Keiser. Ja. Bam. He's a bad man. Ja, der frisst aber auch nicht Kugeln hier. Der hat Arme. Ja, krass, ne? Wo kommt die denn her? Shit. Ja, ich glaube... Okay, wir müssen langsam hoch. 21, 26. Außen sagst du nicht. Wie sieht denn der aus? Das ist Matt Mole. Vollbart. Bodybuilder. Das ist Matt Mole. Der hat's nach seinem E-Bild geschaffen. Ach so, dann da runterhüpfen. Ah, okay, verstehe. So, ich ziehe jetzt den Zombie hier rüber. Dann sollen sie in den Spikes laufen. Nach Richtung Westen. Oh, Händler. Da hat er mich erschrocken. Miep. 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 Ich werde noch schnell ein bisschen auf. Ja. Nach Richtung Westen. Also hier raus. Und wenn ich jetzt hier runterhüpfe, dann... Nein, wir haben oben ein Loch. Wenn du ganz oben bist. Oh mein Gott. Wir haben es doch genauso schon gemacht, als wir zusammengespielt haben. Ja, da war es gerade zu Ende, ne? Ja, genau. Gegen Ende hatten wir das genauso. Also ich stehe und bin bereit. Sollte die nur kommen. Es sind nur so ein, zwei Frames hier. So. So, ich bin auch da. Ja, in die Ecken kannst du eventuell noch auffüllen, ja. Ich mach mir jetzt mal schnell Pfeilspitzen. Okay, der Händler. Jetzt schon los aber. Ja, fast. Ja, der Bodybuilder ist wieder aufgestiegen. Zwei Sekunden. Und der Geschäft schließt in fünf Minuten. Ich bedanke für den Angriff. Und das automatische Kassenbarriere, die sind so schlimm. Schiebt mich da nicht hier irgendwie. Boah, der hüpft. Guck mal, wie die einfach drüber hüpfen. Ja, ja, das ist also... Okay, wir müssen jetzt auf eine Seite ziehen. Wir müssen auf eine Seite ziehen. Patsch, da liegt die Sau. So, von wo kommen sie? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da hinten. Richtung Nord-Osten. Boah, sind wir schnell. Sind wir schneller als sonst? Äh, mich schon. Der ist doch... Der ist doch superschnell da unten. Ja, dafür ist die Mutti aber doch so, dass sie irgendwie... äh... Nehmen läuft. Oh, Alter. Was ist denn los hier, ey? Ich hab fast gedacht, ich fahre runter. Oh, Shade, ey. So, aber was mit Licht? Ja, Licht ist auf. Äh, weah. Äh, weah. Ja, noch geht es aber, ne? Ja, noch. Wie viel sind denn eingestellt? Äh, 32 oder 16. Oh, Mann. Ich glaub 32, wir haben es richtig übertrieben. Ja, da müssten wir da... Ein paar mehr sollen nehmen. Ja. Oh, jetzt haben sie... Guck mal, die machen die Spitzen kaputt. Hier im Haus stehen. Habt ihr gesehen? Die schlagen die Spitzen kaputt. Könnt ihr erinnern mit nem Pfeil? Die sind intelligent geworden. Oh, ich bin runtergefallen. Fuuuck. Okay, ich komm wieder rein. Warte, ich bin gleich weg. Ähm, hallo, guten Tag. Ne, passt. Ne, passt. Ne, passt. Ne, passt. Ne, passt. Ne, passt. Hebe es noch. Genau. Äh, ich hab noch Iron Cross-Bomb-Boats, aber wenn ich die jetzt hier hinschmeiße, hab Angst. Ja, ne, ne. Noch hab ich. Kalt mal so weit, der vielleicht von der Tür weg, oder? Wollen wir nicht immer von der Tür weg kreiten, Herr Fleischermann? Das würde Sinn haben. Ich stehe direkt über der Tür. Wurde gedrängt von euch. Klare Sache. Diese riesen Frames auf dem Boden durch den Schatten, das sieht geil aus. Oh, alle. Verdammt. Munition ist da oben noch, ne? Klopfen von den Schatten abgeschossen, da hast du gar nicht mehr, was du sprichst. Achso. Ich hab, achso. Top. Meine Fresse. Ja, tut weh, nicht. Achso, ich hab hier irgendwo ne... Ah, guck mal da. Ich sollte die Munition nicht sparen. Nee, hau raus. Ah, wo ist denn? Oh, das ist Inventar, ne? Weißt du was? Ich werd jetzt mit der Pistole erstmal ballern. Man kann nicht suchen, oder? Nee, leider nicht. Ist halt schön im Ball. Direkt unter die, ne? Achso, schießt schon hin, ne? Ja, das siehst du nicht mehr. Hier steht aber oben, aber wollen wir nicht ein bisschen rum noch? Tü-tü-tü. Ich sollte mal I drücken. Ah, ja, da bist du beschlossen, meine Damen und Herren. Warte nicht, äh... So ist das... guck mal wie du bist von also vor mir soja gut von mir weil er weil die ganze die hat übrigens die kids übernommen doch ich habte 0 und ihr hat über wissen ich ja das ist noch geiler mann die belegen sich doch schnell ja und definitiv prozent die seite wechseln oder dass man andere seite zerstören ich habe das Gefühl dass manche nicht richtig angezeigt werden also wirklich schon tot sind die stehen hier nämlich der unter mir steht die ganze zeit der ist so noch der ist noch auf einer stelle bei mir steht immer noch also wie steht er immer noch irgendwo hier ist noch einer 24 uhr war mir ich warte geschossen junge was gelten sie auch noch ja sie kleidet jetzt gerade das ist schön wenn er so schön auf dem rücken du stellst dann echt vor das tut mir innerlich immer weh ja das gibt es diese videos guckten irgend so ein apfel wieder auf dem skateboard da und du siehst das geländer und du weißt schon genau was passiert ist voll in den unterschenkeln ja genauer schenkel die länden schmerz wo du denkst ja das trinkwasser ist auch versorgt nicht ja da habe ich schon einen ausblüten lassen im wasser aber das macht es sonst gibt so ein besonderes salz das ist ja letztens rinno regnet er ist der trostet der jetzt vor den gitter steht also bei mir ist der riesig für mich gerade ziemlich ziemlich normale größe also schade dass er das nicht synchronisiert ah nee glaub ich dir die kills kann das sein ist schon okay da muss ich ein bisschen abholen nehmen deswegen gerade einschränken das mit ihm hier der zieht durch bis zum fluss also der ist ja echt hier der ist ja wo sind denn die kills das player kills erste erster erster ah dann liege ich wirklich hinten an meine fleischarmann sind wieder abgezogen mit seiner schrotze ey ey der geht in die tür bleihammer bleihammer die dicke kommt mutti kommt mom das ist nicht so wie das aussieht darf ich mal mal du dir sagen nein los zieh sie ab meine güte da ist er weg weil ich hab echt ne wolfshorte ich hab das echt echt geil ja von gewünsseln abzüge dann kam immer noch mal einer ein schwarz oder ein kauer wo ist er hin ist am boden er ist weg da kommt noch einer zu irgendwas stimmt doch mit dem hordensystem nicht wenn man da 32 eingibt pro spieler dann müsste doch hier eigentlich keine ahnung keine ahnung ich hab keine feder mehr ich hab keine pfeile mehr und keine munition mehr ich hab noch 60 pfeile soll ich dir ganz normale pfeile machen ja bitte wenn ich kann kann ich nicht ich flitz eben hoch und gebe dir leg dir die pfeile in die kiste äh die federn dann komme ich auch gerade mit hoch ach die sagen einfach toll also ja warte wenn du bist dann ja trau ich dir die federn hier an sie machen da bist du nicht da liegen sie so jolo 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 ich weiß schon mal noch ein paar kills klauen der schießt die mir so schön an ich höre jetzt mal da steht jetzt eine direkt vor der tür ja na komm Mutti kack ab ich hab auch das Gefühl machen mit dem Bogen einfach null Schaden äh null ja Alkohol ist an der Punkt ja du bist schrotzen Typ ja aber gut die sind ja jetzt winfällig hier Mutti hier unten in der Ecke seht ihr die ja deswegen hätte ich ja gerne auch den 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 crossbow den iron dass wir da ein bisschen oh da hast du doch oder nicht nee ich hab den normalen naja dann halt den normalen du hast doch einen iron bekommen von mir ja den äh äh genau aber ich hab ja nur Munition oder doch ich hab Munition warte mal liegt da oben da war doch ein bisschen was drin bam ja wo ist denn du ach bam Junge jener ist drin ne der Arter kommt da wieder hey 5 tanksten Dinger hab ich da uuuhh mit Zielfernrohr ich glaub das nicht ey und repetitiv geil er hat ein Zielfernrohr das Ding alter ok und mit dem Schaden von 32 Schaden ne ja ach wär das schön wenn ich da was brauch ich denn da brauch ich reinforce crossbow bolt steel du brauchst ne workbench da war's workbench also iron reicht nicht alles nein nein infizierte gibt's electrified wenn ich mal 5 explodig 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 stell dir mir die dinge explodig vor voll geil zoom 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 das klingt lustig er sauf was ist denn das wie wieso pressen die denn so viel feile ich hab keine arme aber was ich weiß ist dass wir morgen weitermachen nein ist morgen die Horde noch fertig nein nein ich hab keine feile mehr gehen wir mal noch nicht morgen die letzten zwei feile ok wir müssen ausmachen bis wir uns feile sheeten und dann jetzt weiter ne ich hab noch 50 iron Hashtag sheeten ein was oder ne Hashtag vorte wir ziehen das noch durch jetzt ja 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 oh god gleich feil runter der ist schon tot gehe ich von aus so neun bolts das gibt bestimmt nicht weil ja ja du willst die keule nehmen das ist ein ding wo ich den zombie unterstützen könnte infected infected blood wo kriegt man das denn her was musst du mit der wrench hier wie ist das ding wo du blut abzapfst das wrench weißt du nicht raus infected blood ne genau sag ich dir musst du an den zombie gehen und abzapfen boah das wär geil das wär doch hammer oder ey da 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 ja 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 noch mal ein kleiner die sind aber ganz schön ich kann ja nicht mehr viel machen ohne munition und nix ja ne was sollst du jetzt noch tun wir drücken jetzt noch mal gucken ne da sind keine mehr ich hab noch 32mm kugeln wenn einer braucht ne 32mm kugeln wenn einer braucht ne 32mm wo pass ich denn rein tja gute frage nicht das musst du da rausfinden ne der punkt ne der punkt äh doch klick äh zack die drei zombies sie schaffen's sonst morgen nicht ich geh hoch das hm ich geh mit dem messer runter bing da hat jemand woodframes kann ich hier doch hab ich woodframes hab ich mir geht mit dem messer runter dein ernst wer hat denn da noch spaß wer knüppelt hier noch ne ne er will dann nochmal wer hat noch nicht wer hat denn hier ne neue wahnsinnsfahrt gebucht du arsch was denn hier mit der wrench so ich hab ne treppe hier hoch jetzt leg ich los wo sind sie denn weg sind sie wenn ich hier bereit bin sind sie weg weißt du mit messer im mund steht er da wo sind die denn wo sind die denn äh ich höre einen ist der innen drin ich check das aus er liegt er liegt er liegt er liegt da wo du grad hinläufst ne hier ist keiner aber er ist weg hinterm lkw Richtung Nordosten da lauf ich jetzt nicht hin wieso nicht nur Richtung vorne so wir müssen die looten bevor wir sie äh zerstechen weil der Rest rutscht dann durch die Erde ist mir grad aufgefallen früher konntest du das noch machen da ist ja dann der Rest praktisch liegen blieben die Verkasse ah echt jetzt mhm ok kacke gesagt du bist jetzt echt unten und sagst äh jolo ich loote auf genau jolo jo ich auch aber wir sind bei 20 minuten und äh würd sagen wir looten mal hier so ein bisschen durch jo morgen ganz gemütlich ne ich und morgen sehen wir uns wieder Hashtag Kadaver das kommt immer gut in den Kommentaren Kadaver ja es ist äh oh Gott nicht Mäser ist kaputt ich kann sich reparieren äh bis dahin meine Damen und Herren Tschüss wiederhören schönes Leben was auch das